Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Baumwolle wird normalerweise mit grossem Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden angebaut und geerntet. Auch während der Verarbeitung wird Baumwollfasern mehrfach behandelt. Das ist anders bei den Baumwolle für unsere Natur-Alleintextilien. Die integrierte Produktion schreibt möglichst wenig Dünge- und Pflanzenschutzmittel vor, weil das weder für die Haut noch für die Umwelt auf die Länge gut ist. Gepflückt wird die Baumwolle ausschliesslich von Hand. Das macht chemische Entlaubungsmittel überflüssig und führt nicht zu Verlust von Arbeitsplätzen für die einheimische Bevölkerung. Das Färben von Textilien ist normalerweise ebenfalls belastend für die Umwelt. Darum haben sie bis jetzt auch nur ungefärbte oder mit Wasserstoffperoxid bleichte Natur-Alleintextilien bekommen. Jetzt ist die Natur-Alleinkollektion aber farbig geworden. Möglich und vertretbar ist das dank einem neuen, schwermetallfreien Färbeverfahren, der sogenannten Reaktivfarbe. Ich möchte Ihnen jetzt noch beweisen, dass man sich in diesen nach ökologischen Gesichtspunkten angebauten, gepflückten und gefärbten Natur-Alleinten, T-Shirts, Leggings, Hemper usw. nicht nur wohlfühlt, sondern auch modisch absolut auf der Höhe ist. Die neuen, farbigen Natur-Alleintextilien für Damen, Herren und Kinder sind ab jetzt in allen grösseren Gopeläden und Warenhäusern erhältlich. Ebenfalls neu bei uns finden Sie die bärenstarken Teddypops. Die knusprig-pufften Weizenpops sind geröstet, angenehm zuckern und schmecken am besten in frischer Milch. Acht gesunde Vitamine sind gut für kleine und auch für grosse Beeren. Und die Mütteren freuen sich ganz besonders über den gesunden Preis und über die Verpackung, die nicht viel Platz zum Entsorgen braucht. Teddypops, eine Neuheit, die Sie nicht verpassen sollten. «Gaub Kiste Dieu», der bekannte französische Weichkäse, muss ich Ihnen nicht mehr speziell vorstellen. Dieser Name ist Musik für alle, die gerne einen feinen Käse teilen. Heute ist wieder Tester mit einem Rezeptvorschlag bei unserem Studio. Wie immer raffiniert, aber günstig. Dieses Wochenende ist in der Metzgerabteilung Rippli und geräuchten Schweinshals zum Aktionspreis erhältlich. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie so einen Braten, mal ein bisschen anders als üblich, anderen Honigmarinaden zubereiten können. Zuerst das Rippli oder der Schweinshals mit der Marinade aus Senf, Honig, Sherry und Weiswein, gewürzt mit Salz, Pfeffer und wenn Sie Lust haben, mit ein wenig Ingwer, einstreichen und dann eine Stunde mariniert im Kühlschrank lassen. Jetzt im Topf mit je 100 Deziliter Weiswein und Wasser, während 40 Minuten im vorgeheizten Ofen zutekt, schmoren lassen. Wir wollen ja nicht so lange warten und darum habe ich das vor der Sendung schon vorbereitet. Jetzt die Flüssigkeit in ein Pfändchen absieben und den Braten bei etwas höherer Temperatur nur mal eine Viertelstunde ohne Deckel im Ofen braun werden. Das geht ganz allein und wir haben genug Zeit, um die Soße fertig zu machen. Nur mal einen Löffel Honig dazu geben und zum Binden Maizena in kaltem Wasser angerührt. Kurz aufkochen und zum tranchierten Fleisch servieren. Das Rezept zu diesem leichtexotischen Ripplibraten finden Sie auch wieder im Aktionsinserat, in den wichtigsten Tageszeitungen und in der Coop-Zeitung. In 14 Tagen zeige ich Ihnen ein weiteres Rezept aus der Reihe «Raffiniert günstig». Ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Wenn Sie das Rezept möchten ausprobieren, dann finden Sie es wie gewohnt in unserem Aktionsinserat, das in der Tagespresse und in der Coop-Zeitung erscheint. Sie haben die Coop-Zeitung nicht abonniert. Das müssen Sie auch gar nicht, weil als Coop-Mitglied kommen Sie sie automatisch jede Woche per Post geliefert über, und zwar gratis. Und Coop-Mitglied werden können Sie ganz einfach mit dem Anmeldeformular, der in allen Coop-Läden erhältlich ist. Denken Sie doch bei Ihrem nächsten Einkauf daran und verlangen Sie es an der Kasse. Bei dieser Gelegenheit würde ich Sie gerne wieder einmal daran erinnern, dass Sie im Schnitt 20-25% sparen können, wenn Sie auf unsere Aktionsangebote achten. Und wie alle Woche hier gerade eine Übersicht. Bei Coop kosten 2 kg Tarocco-Orange aus Sizilien nur 2,50. Alle Tam-Tam-Flans im Coatro-Pack gibt es für nur 1,50. Verschiedene Brote und Käse sind jetzt billiger. Der Bergamon-Bär z.B. kostet nur 3,85. Das Kernbrot nur 1,65. Kalbfleisch ist jetzt 20% günstiger. Und Pampers Faces Baby Dry kommen Sie in der Duo Sparpackung über für nur 29,80. Die Hextstar Kinder-Sweatshirt gibt es schon ab 12 Franken und Kinder-Jeans schon ab 15 Franken. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. 200 g Hirz-Hütten-Käs-Natür kostet von jetzt an nur noch 1,95. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einkaufen bei Coop lohnt sich aus verschiedensten Gründen. So viel für heute, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.